Horst Richter, worum geht es denn jetzt im nächsten KI-Talk am Montag, der 17.06. wieder 18 Uhr bis 19 Uhr? Ja, ich habe wieder einen ganz spannenden Experten eingeladen. Im letzten KI-Talk ging es natürlich wieder um die Frage, darf ich denn bei ChatGPT was eingeben? Wie sieht es mit den ganzen Daten aus von Mandanten, von Kunden und so? Das ist ein großes Problem, das haben wir alle. Und wie kann man denn dort ran? Muss ich mir da jetzt tausend teure Server kaufen? Und wie geht denn das? Wer kann mir dort weiterhelfen? Ich kann euch weiterhelfen. Kommt einfach am Montag vorbei und dort werden wir, ja, wen werden wir dort treffen? Ich zeige ihn euch ganz kurz. Dort wird dabei sein. Auch auf LinkedIn findet ihr ihn, könnt euch sofort mit ihm vernetzen. Christopher Mierbach mit einer ganz interessanten Gewieter, die er auch uns dann auch bestimmt was darüber erzählen wird, wie er dazu gekommen ist. Und er gehört zu dieser Firma hier, Advanced Flow. Und die machen uns die digitale Transformation. Die bringen dir das wirklich rein und das soll er uns mal dann zeigen. Und er zeigt uns eine Offline-KI. Das heißt, alles, was ihr habt mit ChatGPT, ihr habt ja, aber schön datenschutzkonform abgeschirmt und dass nichts passieren kann. Also hier geht es, wie er auch so schön schreibt, hier nicht nur um Beratung, sondern aktive Umsetzung in der Digitalisierung. Das ist das, was ich so liebe. Ich brauche in meinem KI-Talk Leute, die wirklich sagen, ich mache euch das. Und es geht wirklich richtig los. Und er ist der CEO hier, ist ein zertifizierter Microsoft-AI-Engineer, ist ein Make-RPA-Architekt und Designer, der zusätzlich in Azure-Cloud und in weiteren Bereichen zertifiziert ist. Und er bringt wirklich tiefe Expertise mit und er setzt das dann auch um. Er ist über 14 Jahre, er hat auch Erfahrung, was wir so alles lesen können. Und das wird er uns alles dann zeigen. Er begleitet uns aktiv bei der digitalen Transformation und das brauchen wir. Kommt vorbei, Montag, einfach auf richterschema.com, einfach registrieren. Ladet Leute auch noch ein. Wir werden immer mehr und wirklich deswegen ist das Schwarmwissen wächst und einen sehr, sehr interessanten Abend wird uns am Montag, den 17.06., einfach hier zwischen 18 Uhr und 19 Uhr zusammen, der Christopher, ein ganz sympathischer Mann, auch hier uns einfach zeigen. Dankeschön, ich freue mich auf euch. Und dann geht's los natürlich bis Montag. Macht's gut! Und dann geht's los. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Vielen Dank.